So ihr Lieben, weiter geht's hier in Russian Fishing 4. Es geht mal wieder auf Hecht. Ich hab mal wieder Bock auf die dicken, fetten Brocken. Und dadurch, dass wir ja jetzt gerade einen fetten neuen Patch haben mit vielen Veränderungen, oder mit einigen Veränderungen, auch Veränderungen der Spots, geht es jetzt erstmal wieder ans Spot testen. Also, legen wir los hier. Erstmal zu einem der klassischen alten Spots hinrennen. Und dann gucken wir mal, was geht. Gerade natürlich schon mal in die aktuellen Rekorde reingelunkert, wie es denn da so aussieht. Und es sieht ganz gut aus mit den Hechten. Es werden schon welche gefangen. Oh! Gerade ausgeworfen, sofort Biss. Das ist natürlich gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Köder sofort, zack, den ersten Hecht produziert, sozusagen. Den ersten Hecht unlockt. Dann ist das schon immer eine gute Geschichte. Also, ich befinde mich hier am Ladugasee und hier auf 73,55, direkt am Leuchtturm, ausgerüstet mit der Jerkbait. Und dann geht es hier so in Richtung, ja, da hinten in Richtung der Brücke einfach werfen. Ein bisschen durchjerken, zwischendurch auch mal ruhig ein bisschen anhalten. Oder je nach Köder einfach so ein bisschen Stop and Go. Und dann auch hier einfach die Area so ein bisschen abfächern. Also von hier, von der Mitte einmal quer rüber bis zu der Schilfkante da vorne, da wo das Gras ist. Einfach mal testen, was da geht. Und die verschiedenen Farben, die verschiedenen Köder einfach durchziehen. Und, ja, wenn man dann einmal durch ist, einmal so abgefächert hat, fünf Würfe oder sowas, dann die nächste Farbe testen. Wichtig natürlich, dass man da die Uhrzeit auch ein bisschen mit im Blick behält. Das heißt, so in der Mittagszeit ist dann immer eher so ein bisschen Flaute. Wenn da ein bisschen weniger geht, dann den Köder oder die Farbe irgendwann später auf jeden Fall nochmal testen. Eher so in Richtung Abendstunden. Ja, was hat sich getan? Es hat sich ein bisschen was getan mit der Aktivierung der Happy Hour. Für alle, die noch die Happy Hour nutzen oder Premium nutzen, natürlich relevant, dass man jetzt die Happy Hour quasi, ja, nicht automatisch startet mit dem Einloggen, sondern erst mit wirklicher Aktivität dann startet, wenn man quasi ans Fischen geht. Näheres gibt es unter den Patch Notes. Wie gesagt, ich habe das, ich habe ja kein Premium. Habe da jetzt leider keinen direkten Einblick. Sehe da auch gar keine Veränderung jetzt diesbezüglich bei mir. Was man allerdings deutlich sieht als Veränderung, und das ist wirklich mal eine interessante Idee, sagen wir es mal so, ist die Möglichkeit für Posenangler, und da müssen wir mal eben echt reingucken, nehmen wir mal hier irgendwas Lüttes, so, für Posenangler, dass man hier jetzt seine, so, seine Pose nochmal sieht. Also, gut, allerdings, natürlich nur zu sehen, wenn man das Gerät in der Hand hat. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ja, gut, aber wer steht zum Beispiel mit drei Matchrouten? Also, ich sage mal, es ist gut, wenn man auf Entfernung sieht, da könnte was dran gehen, und, ähm, bevor man dann da die ganze Zeit im Zoom ist, dass man dann sagt, ja, 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 jetzt geht was dran. Das ist vielleicht schon mal praktisch, aber um alles im Blick zu behalten, während man quasi drei Matchrouten ganz weit draußen rausgeworfen hat, und dafür ist es, ähm, noch nicht praktisch. Also, man sieht hier, sämtliche Veränderungen sofort, würde da jetzt was anbeißen, zuppel, 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 geht das runter, man kann sofort den Anschlag setzen und so weiter. Also, das ist eine witzige Idee, man kann das auch noch im Detail weiter einstellen hier, im Gameplay, ähm, diesen Schwimmer-Modus hier, ob man das größer, kleiner haben will, an welcher Position man das haben will, auf dem Bildschirm und so weiter. Ähm, witzige Idee, gut umgesetzt, ja, also mit so einem Zoom da drauf, gute Idee, dass es nicht so, wie in anderen Games, so eine künstliche Routepose dann irgendwie an der Seite so angezeigt wird, oder so, das ist schon ganz gut gemacht. Aber halt schade, also, wenn man die Route ablegt, nichts mehr davon zu sehen. Hm, ja, aber ich glaube, so ganz schlimm ist es auch nicht. Gibt Schlimmeres. Aber, es wird was gemacht, und das ist, glaube ich, erstmal das Positive an dem. Es wird was gemacht, es tut sich was, es wird dran gearbeitet an dem Game. Das ist doch wichtig. Ja, ansonsten, wie gesagt, heißt es, neue Spots suchen, beziehungsweise die Fische an anderen Spots aufsuchen. Es wurde quasi alles zurückgesetzt. Und, ähm, ja, da heißt es dann tatsächlich, die Fische müssen sich jetzt vielleicht auch erstmal noch ein bisschen finden. Oder ihre Spots wieder so ein bisschen finden. Und da kann es dann natürlich jetzt auch zu wilden Überraschungen kommen. Nehmen wir natürlich gerne mit, die wilden Überraschungen. Ähm, hoffentlich gibt es da irgendwelche... Also für mich, ich hoffe dann immer auf die Fische, die ich noch nicht als Trophy habe. Kurski zum Beispiel oder sowas. Das wäre natürlich was Feines. Atlantischer Lachs, wenn der mal reinrasselt. Gucken wir einfach mal, was geht in den nächsten Tagen. Probieren hier ein bisschen rum. Und ziehen einfach ein paar dicke Brocken raus. Ja, jetzt gucken wir einfach mal hier mit dem Hecht. Geht da was oder geht da nix. Zack, da vorne geht auch direkt wieder was. Das ist schön. Bremse kann ich ein bisschen höher ziehen. Rückwärts ein bisschen gezogen, den kleinen. Schauen wir mal, wo sich die Hechte hier aufhalten. Kann natürlich wieder ein bisschen dauern, bis man da jetzt so seinen Lieblingsspot gefunden hat. Es gibt gerade zwei Hechtaufträge hier im Café am Ladoga für, was war es, 14 Kilo, 15 Kilo, 14 Kilo und für siebeneinhalb, glaube ich. Das wäre also nicht schlecht, wenn ich zumindest die Brocken... Naja, sagen wir mal, die siebeneinhalb wären schon nicht schlecht. Trophy nehme ich natürlich auch gerne mit. Dicker, fetter Hecht geht immer. Ja, testen wir mal noch ein bisschen rum. Und wenn ich was gefunden habe, schreie ich wieder. Und da geht der nächste rein. Und da geht der nächste rein. Seht ihr mal, wie schön. Ja, ich bin mittlerweile am nächsten Spot, an der nächsten Stelle hier am Ladoga. Das heißt natürlich für einen Ladoga tendenziell einfach aufs Boot erstmal hocken und ein bisschen rumbreddern und suchen. Am nächsten Spot hier sind wir jetzt hier ungefähr 27,44. Da haben wir schon mal die erste kleine Schilfkante. Und da ziehen wir dann auch einmal so ein bisschen entlang. Und dann fahren wir gleich noch so eine halbe Ecke weiter oder nochmal eine Ecke weiter und testen dann hier die verschiedensten Ecken. Man könnte sich hier tatsächlich auch ans Land hinstellen, wenn man keine Lust hat auf dem Boot. Aber ich teste halt erstmal nur. Und da, wo halt die meisten und dicksten reingehen, da bleibe ich dann erstmal stehen. Gucken wir mal. Vielleicht wird das ja hier noch was. Auch natürlich zwischendurch noch die Köder mal ein bisschen durchtesten. Der hat ja gerade hier auch schon direkt funktioniert. Das heißt auch diese selbstgemachten jetzt natürlich immer mal wieder testen. Auch die können richtig die gefettet Brocken ranziehen. Und die wollen wir ja. So. Sogar hier beim Schleppen gerade noch was dran gehabt. Sehr gut. Und dann machen wir hier aber jetzt mal aus dem Motor. Also wir sind hier gerade in dieser kleinen Kurve drin. Gucken wir nochmal eben. Also das war jetzt hier gerade die erste Ecke. Jetzt bin ich hier gerade einmal rumgeschleppt. Und stehe jetzt hier vorne. Dann werfen wir hier nochmal ein bisschen aus. Hier ging ja auch gerade schon was dran. Schauen wir mal was hier geht. Das ist halt das Schöne hier. Ganz viele Ecken. Ganz viele kleine Winkel. Wo es alles komplett zugeschlonzt ist. Hier vorne, da ist ja dann gleich schon die Einfahrt. in diesen kleinen Seitenarm. Und da geht auch was Kleines dran. Uiuiui. Der ist auch sehr klein. Ja und dann sind wir hier. Hier ist natürlich an dem klassischen Spot. Hier die lange Schilfkante. Auswurf bis. Das ist natürlich hervorragend. Und ähm. Das geht natürlich auch immer gut hier. Ja man. Komm mal ran hier. Und hier auch einfach mal probieren. Ob das mit Topwatern ist. Oder. Mit irgendwelchen tiefer laufenden Wobblern. Auch einfach mal durchziehen. Oder eben mit Jerk. Man hat viel zu testen. Viel zu probieren wieder. Wo es und wie es am besten gerade läuft. Alter. Hab ich das richtig gesehen? Geht da auf einmal. Doch noch ein bisschen was dickeres rein. Nein. Ja. Aber so richtig. So richtig. Immerhin. Also. Jetzt ist natürlich hier gerade die heiße Phase. Oder es lüppt schon die heiße Phase. Gerade noch eine mit drei Kilo. Zack. Und da geht der nächste rein. Jawohl. Das ist immer sehr schön. Wenn man das Maul schon so aus dem Wasser schießen kommen sieht. Dann hat man da schon einen ordentlichen Brocken dran. Jawohl. So muss das dann sein. So muss das dann sein. Dann lüppt es. Ja und ich habe gerade wieder viel getestet. Ich habe sogar Blinker getestet. Topwater getestet. Und und und. Wobbler getestet. Bin jetzt tatsächlich hier in den Abendstunden wieder zurück. auf den Jerk hier gekommen. Und bin eigentlich am zufriedensten Grad wieder schön mit der Jerk Route. Und so soll es auch eigentlich sein. dass man mit der großen, dicken, fetten Jerk einfach entspannt auf die Hechte gehen kann. Das war ja zwischenzeitlich nicht immer so, dass das die beste Methode war. Aber es scheint auch wieder zu gehen. Mittlerweile treibe ich hier vom Wind wieder schön ins Grün. Egal ob Anker liegt oder nicht. Die Boote treiben einfach. Trotz allem. Und sofort. Siehst du schön. 4,4. Ja ein 3 Kilo Hechtauftrag ist leider nicht drin im Café. Dafür müssten jetzt nochmal ein paar ganz dicke Brocken anbeißen. Dass das noch was bringt. Ich habe hier zwei Varianten dieses Köders geradeaus gestattet. Mit zwei unterschiedlichen Haken. Es sind die drei Nuller riesig. Und einmal mit Puschel und einmal ohne. Im Moment. Zack. Habe ich gerade den Puschel dran. Da ist also mit Puschel. Und mit Puschel lüppt auch anscheinend. Also ich sehe gerade jetzt keinen Grund. Warum ich das ändern sollte. Oder vielleicht doch einfach gleich mal ändern. Machen wir nochmal ein. Und dann müsste ich eigentlich gleich nochmal wieder ein Stückchen zurückfahren hier. Mit dem Boot. Dass ich gleich nicht mitten im Grünen stehe. 22 Uhr. Es wird auch gleich dunkel. Das sind jetzt so langsam die letzten Sonnenstrahlen. Gehen wir nochmal hier auf den Ripper Jerk F12 005. Diesmal jetzt mit ohne. Mit ohne Puschel. Aber dafür mit den ganz großen. Das sind jetzt die neuen Haken da drauf. Die man auch bis zum 6 Nuller sich kaufen kann. Wobei das hier trotz allem nur die 3 Nuller Haken sind. Und so riesig ist der Köder ja auch ja nicht hier. So. Einen noch. Und dann Stückchen zurücksetzen. Tja. Macht das was aus mit dem Puschel? Gute Frage, ne? Angelt ihr mit Puschel auf Hecht? Oder mit ohne? Die große Frage. Bisher muss ich sagen, habe ich immer mit ohne. Bisher war es immer mit, 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 mit. Bisher war es immer mit. Schön mit Puschel dran. Weil ich habe mir gedacht, komm, wenn du schon die ganz teuren Haken dann dir gönnst, dann können auch Puschel dran sein. Da war das dann eigentlich auch wurscht. So, machen wir nochmal in die Richtung hier. Ja, und dann kommt jetzt gleich die Nacht. Und wenn es dann wirklich so dunkel ist, dann geht da auch eigentlich gar nichts mehr. Man kann in der Zeit irgendwie was anderes machen. und vielleicht hier mit Vekirig ein bisschen rumhantieren oder sowas. Aber auf Hecht ist in der Nacht halt nicht wirklich was los. Dann lieber wieder abwarten auf die frühen Morgenstunden. Hechtangeln ist halt echt immer so ein bisschen zeitabhängig. 6 bis 11, 5 bis 11 und dann wieder von 17 bis 23 Uhr. 5 bis 11 ist eigentlich immer eine ganz gute Zeit. Ach ja, der frühe Wurm, Alter, fängt den Hecht. Das ist doch schön. Solche Brocken wollen wir hier haben. Gehen wir mal rein hier. hart in die Bremse. Ach, ist das schön. So. Lassen wir ihn erstmal ein bisschen ziehen. Der hat Bock. Der hat richtig Bock. Das ist gut. So, macht auch ein paar Kopfschläge sogar. Schauen wir mal, ob wir den gleich so ein bisschen gebremst bekommen. Ansonsten hocke ich mich gleich nochmal ab ins Boot hier. Oh, der hat aber richtig Bock, ey. Der hat ja richtig Bock. So, jetzt nochmal ranziehen, ranziehen, ranziehen. Ich hoffe, er schlitzt jetzt nicht aus. Schnell nochmal Anker gelichtet. Boot in den Trollinggang und drehen, 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 dass ich jetzt hier rauskomme. Und dann hinterhergurken. Das ist jetzt wichtig. So. Machen wir mal so ein bisschen leiser hier. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. Das sieht doch gut aus. Je länger er abhaut, desto besser ist es, desto dicker wird der Brocken. Und er hat noch Bock. So. Bremse langsam mal wieder ein bisschen hoch. Und Stück für Stück hinterher. Uh, immer die große Panik. So. Jetzt versuchen wir ihn mal so ein bisschen vielleicht hier rüber zu drücken an die Felswand. Dass er nicht ins unermessliche, ins offene Ende abdrückt. Und er zieht. Komm schon hier. Das ist natürlich super. So. Schön locker lassen. So. So. Und so langsam müsste er eigentlich auch schon müde werden. Also Hecht hat nicht so eine ewig große Ausdauer. Der wird relativ schnell auch wieder müde. Das heißt, die ziehen halt anfangs übelst ab. Und eskalieren halt richtig schön. Und dann irgendwann lassen sie einfach nach. So. Jetzt muss ich noch Gas geben hier. Kurbel, 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 kurbel. So. Ziehen, 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 ziehen. Komm mal ran hier. Das wurde aber auch eigentlich mal wieder Zeit. Hier so einen schönen dicken Brocken am Ladoga habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Das war aber auch wirklich eine lange Zeit lang so, dass da die, ähm, die Jerks gar nicht so gut liefen. Dann, äh, mal vor Monaten ging es da mal wieder los mit dem, mit dem Dunkelgrün. Und jetzt aktuell wohl dieser Silberne, der ganz gut läuft. So. Der Hecht war ganz gnädig. Ist hier abgebogen. So. Die Schnur sagt alles gut. Schon ordentlich was reingekurbelt. Jetzt gucken wir mal, ob wir den gleich vielleicht hier mit. Der kommt doch schon gleich an, oder? Ich mach den Motor mal aus. Und dann kommen, oh, 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 oh. Das ist ja wie ein alter Bekannter, Alter. Wow. Die Fresse kommt mir bekannt vor, Alter. Die Fresse kommt mir bekannt vor. Bürschchen. Jetzt habe ich ihn. 17,5 Kilo, Alter. Geiles Teil, Alter. Leck mich fett. Alter. Was ein Brocken. Was ein Brocken. Yes. Super Ding. Dickster. Dickster Hecht. Persönlich. Best PB Hecht. Geile Sache, Alter. Abgefahren. So. Genug geangelt. Nix. Weiter direkt zum Spot. Zurück. Weiter, äh, rausziehen die Brocken. Und, ähm, hui. Der kommt natürlich gleich noch ins Café. Im Café ist gerade ein Hechtauftrag drin. Affengeil. Jetzt muss ich doch nochmal eben schnell schauen, bevor der Auftrag raus ist. Gucken wir mal eben rein. Hier ist er drin. Läuft noch lange. Da ist er. 832 Silber für diesen Hecht. Rausgeballert das Teil. Affengeil. Dreimal die 7 halber. Die hole ich jetzt auch noch. Und, äh, ja. Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Ähm, es hat gerade ordentlich gebimmelt hier. Ich muss gleich erstmal ein paar Briefe beantworten. Petri, ihr Lieben. Zieht raus die Brocken. Ab zum Ladoga. Hechtekloppen. Bis zum Ladoga.